Schnelle Herzrhythmusstörungen oder Kammerflimmern. Die elektrischen Reize entstehen im Sinusknoten, dem Taktgeber des Herzens. Der Sinusknoten gibt vor, wie oft das Herz in der Minute schlägt. Im Ruhezustand schlägt ein gesundes Herz rund 60 bis 80 Mal pro Minute. Bei Kammerflimmern steigt die Herzfrequenz auf über 240 Schläge pro Minute an. Verantwortlich hierfür sind elektrische Impulse, die unkontrolliert weitergeleitet werden. Eine geregelte Reizleitung findet so nicht mehr statt. Hierdurch steigt die Schlaggeschwindigkeit so sehr an, dass der Herzmuskel sich nicht mehr zusammenzieht, sondern flimmert. Es wird kein Blut mehr durch den Körper gepumpt. Der für die Sauerstoffversorgung lebensnotwendige Blutkreislauf kommt zum Erliegen. Wird das Kammerflimmern nicht schnellstens gestoppt, erleidet das Gehirn Sauerstoffmangel und führt binnen weniger Minuten zum plötzlichen Herztod. Wird das Kammerflimmern nicht schnellstens gestoppt, erleidet das Gehirn Sauerstoffmangel und führt das Gehirn Sauerstoffmangel und führt das Gehirn Sauerstoffmangel. Wird das Kammerflimmern nicht schnellstens gestoppt, erleidet das Gehirn Sauerstoffmangel und führt das Gehirn Sauerstoffmangel.